Hallo ihr Lieben Klauner, ich eröffne ganz offiziell die Versammlung und lese gleich zu Beginn die Auflagen vor. Während der gesamten Versammlung ist es untersagt, alkoholische Tränke zu konsumieren, eingelang mit dem Versammlungsmotto, Friedensmarsch ist die Verwendung und das Mitführen von Trommeln insbesondere im Interesse der Veranstalter selbst untersagt. Das Marschieren im Gleichschritt ist nicht gestattet, Fahnen sind ohne erkennbares Muster, beziehungsweise Formation zufällig im Aufzug zu platzieren, eine Block- und Formationsbildung ist nicht erlaubt. So, ihr lieben Freunde des Friedens, ich habe heute Morgen ein schönes Zitat gelesen, das kommt von Gorbatschow und er sagte einmal, aus Blut lässt sich keine sichere Welt erbauen, auf Eintracht aber schon. Wir müssen uns darüber einig sein, Politiker, Philosophen, Schauspieler, Arbeiter und Bauern, Angehörige aller Religionen. Und wenn uns das gelingt, lässt sich alles andere lösen. Lass uns in diesem Sinne heute gemeinsam ein friedliches und ruhiges Zeichen setzen, gegen die Waffenlieferungen, gegen die Kriegstreiberei, für Diplomatie und Frieden und für unsere aller Zukunft. Dann haben wir auch einfach etwas dazwischen, die wir sehen, die можно besseren, die wir haben, die wir suchen in einem guten Charakter, auf Serien, anpassen wir uns imentierentscheidern, wie ein nächster zu machen ist, heißt das, was schonقول in der Löcher gerade auch bei Volk- und Philippfelt Cocin etwas Talks Vielen Dank. 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 Okay, normal. Okay. 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 Okay.